Ich habe Füße, Knöchel, Schienen und Wadenbein Ich habe Knie, Oberschenkel Becken, Wirbelsäule, Schlüsselbeine, Schulterblätter Arme und Beine Ich habe Herzen, Niere, Leber, Lunge, Milz, Magen, Dinn, Dick, Darm, Hoden, Becken, Boden Wo ist mein Kopf? Ich habe ein paar Timberland-Boots, Boots von Timberland-Vance Wenn's im Blau, wenn's im Weiß, weiß wie die Wände meines Bungalow Was? Oh ja, ach so, zwei Zimmer, Bad und Klo, Küche und Keller für 406 Euro Ich habe ein paar Boss-Schuhe, Uno-Due, ein Boss-Anzug dazu Ich habe genug gehört, Ruhe, genug von Kapellen, die Blech blasen Bolch-Rap, Blechfrasen, wir könnten mir einen Specht blasen Hast du Probleme? Wenige, aber doch ja schon Ein chronischer Haltungsfehler, ein Schulterarm-Syndrom, Sohn? Ja, Vater Kann sein, dass du's nicht glaubst, aber, aber Ich brenne und du brennst auch Wo ist mein Kopf? 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 Wer daneben scheißt? Heißt, ihr solltet wissen, ich hab Hund euch anzupissen Ihr habt wie Deppen daneben geschissen Wissen wird nicht die Lösung sein Vielleicht ist die Lösung ein VH-Kurs, der da heißt In 30 Tagen Stubenrein Oh nein, so nicht, junger Mann Aber, aber ich wollte Nein, so fangen wir es gar nicht an Ich hab ein Fressen gefunden, gefundenes Fressen Und jetzt auch drauf in dein Kinderzimmer Und zwar ohne Abendessen Wo ist mein Kopf? 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 Oh, was du warst? Ich hab ein paar Flipflops, Hip-Hop, Hopp, Hip-Flop, Flip Bitte bis Hip-Hop und dann wieder zurück Rückzu? Nein, Vorwärtsgang, ich fang nochmal von vorne an Ich hab ein paar Flipflops, eine, in denen ich hiphoppen kann Ich habe Rollerskates, hasse Rollerblades, weil Sie haben keinen Boogie und keinen Style und ich bin Boogie Down Hillbilly Boy, Sugarhill Gang, das soll heißen? Oh, ich liebe diesen Slang! Ich hab zwei Egeabpfannen, ne Edelstahl-Espresso-Kanne Ne Badewanne, sechs Regale, Stereo-Anlage, Nische, ein Micra, iMac Drei Pässe, ein Deo gegen Axel Nesse und ne Knoblauchpresse Ein Toaster, ein Spiderman-Poster, zwei Metronome, drei Mikrofone Zwei Kopfhörer, Mikrofonständer plus Klemme, die ich mein eigen nenne bis hierhin Wo ist mein Kopf? Wo ist das scheiß Ding hin? Wo ist mein Kopf? 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 Wo ist mein Kopf?